Sie sind hier, 20. Oktober 2018, 9.17 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Nicola Mirotic L. war mit 36 Punkte der überragende Mann bei den New Orleans Pelicans, Urheberrecht Getty Images, die New Orleans Pelicans stellen beim Offensivspektakel bei den Sacramento Kings einen Rekord auf. Kawhi Leonard glänzt erneut für die Toronto Raptors. Die New Orleans Pelicans haben mit einem Offensivspektakel einen Rekord in ihrer Franchise-Geschichte aufgestellt. Die Pelicans gewannen bei den Sacramento Kings mit 149 zu 129 und erzielten dabei so viele Punkte wie noch nie in einem Spiel. Topscorer beim Team aus Louisiana waren Nicola Mirotic, 36 Punkte, und Anthony Davis, 25 Punkte, 10 Rebounds, wir haben einfach schnell gespielt, den Ball verteilt und uneigennützig gespielt. Ich denke, wir werden den anderen Teams große Probleme bereiten, sagte Mirotic anschließend. Zum Auftakt hatten die Pelicans die Houston Rockets mit 131 zu 112 bezwungen. Spielplan der NBA Leonard glänzt erneut für Raptors. Anzeige, die NBA Live bei DAZN, jetzt Gratis Monat sichern mit 31 Punkten und 10 Rebounds gelang Leonard beim 113 zu 101 Erfolg gegen die Boston Celtics. Sein zweites Double-Double nacheinander, Daniel Theis kam bei der ersten Saison-Niederlage der Celtics nicht zum Einsatz. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Sendung ans. Wonach volunteer-RWAZ Folg exponern93 More ply-LWL-WL-L-WL-L Nobel bidron Wenn wir seront circa